Hammer, ich mach sowas einfach nicht. Krass, ich hab mir das einfach irgendwie anders vorgestellt. Kannst du mich bitte nach Hause fahren? Warte mal. Fass mich nicht an. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.